In Deutschland baut sich die Omikron-Wand auf. Es gab ein kurzes Weihnachts- und Dezember-Tief, aber seit dem Jahreswechsel geht es für die Fallzahlen steil bergauf. Beinahe täglich vermeldet das Robert-Koch-Institut neue Rekorde bei der 7-Tage-Inzidenz. Wann ist der Gipfel erreicht? New York, London und Pretoria in Südafrika geben uns Hinweise. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich rasend schnell in fast allen Teilen der Welt aus. Bis Ende März werde die Hälfte der europäischen Bevölkerung infiziert sein, erwartet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Der Corona-Berater von US-Präsident Joe Biden, Anthony Fauci, glaubt, dass die Variante früher oder später fast jeden erwischt. Im Zweifel eher früher. Davon ist die Wissenschaft vor allem am Anfang der Omikron-Welle fast einhellig ausgegangen, wie stellvertretend Epidemiologe Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Universität im Dezember bei einer Veranstaltung des Science Media Center erklärt hatte. So ist es tatsächlich so, dass man, wenn man jetzt die UK-Situation und die Modellierungsergebnisse da sieht, trotz Maßnahmen, die ergriffen werden in diesen Modellstudien, je nachdem, welche Parameter man da einsetzt, doch sehr hohe und sehr zeitlich umrissene Infektionszahlen bekommt. Also von 400.000 bis 700.000 täglichen Neuinfektionen ist da die Rede, trotz Maßnahmen. 30 bis 40 Millionen Infizierte hatte das Modell zwischen Dezember und April vorhergesagt. Doch davon ist Großbritannien Stand jetzt weit entfernt. 246.261 Neuinfektionen an einem Tag sind der bisherige Fallzahlenrekord. Am 29. Dezember war das und seitdem geht es mit den täglichen Neuinfektionen steil bergab. In London gab es deshalb schon Anfang Januar die Hoffnung, dass die Omikron-Wand nach nur wenigen Wochen überwunden sein könnte. Aus früher scheint später geworden zu sein. Denn genauso schnell wie die erste Omikron-Welle kam, ist sie auch wieder abgeebbt. Auch in anderen Regionen. Wie in New York City zum Beispiel. Nur wenige Tage nach London hat der Big Apple die gleichen positiven Signale ausgesendet. Und im weltweit ersten Omikron-Hotspot Pretoria in Südafrika wurden zu diesem Zeitpunkt sogar schon wieder fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Wie Nicole Machereau-Denot für NTV berichtet hat. Wilma Dreihut ist eine der weltweit ersten Patientinnen, die sich mit der Omikron-Variante angesteckt hat. Für mich war es wie eine normale Erkältung. Man sitzt es aus, hat ein paar Nebenwirkungen und danach geht das Leben weiter. Das sieht man überall in Südafrika. Mit dem Ausklingen der Omikron-Welle nach nur sechs Wochen kehrt Normalität zurück. Erstaunlich ist an dieser Entwicklung, dass die Omikron-Wand in allen drei Hotspots fast genauso lange gehalten hat. In der südafrikanischen Provinz Gauteng, zu der Pretoria gehört, sind die Fallzahlen zum Beispiel ab dem 23. November sprunghaft angestiegen. Das war zwei Tage, bevor die neue Corona-Variante überhaupt identifiziert wurde. 20 Tage später war der Höhepunkt bei den Neuinfektionen erreicht. Seit dem 13. Dezember sinken die Fallzahlen wieder. Der 13. Dezember war auch der Tag, an dem die Wand in New York zum ersten Mal in den Daten zu sehen war. 22 Tage lang schossen die Fallzahlen anschließend in die Höhe bis am 3. Januar. Der Höhepunkt erreicht war. Seitdem stürzten die Fallzahlen auch im Big Apple wieder ab. Genauso wie in London, dem europäischen Hotspot. Dort war es die erste Dezemberwoche, in der sich die Omikron-Welle aufbaute. Und drei Wochen später, am 21. Dezember, war der Höhepunkt erreicht. Durch Weihnachten kam es dann noch zu einer kurzen Plateau-Bildung, weil die Neuinfektionen zwar über die Feiertage ermittelt wurden, aber erst danach gemeldet. Seitdem befinden sich die Fallzahlen auch in der britischen Hauptstadt wieder im freien Fall. Genauso wie im Rest des Landes. Premierminister Boris Johnson verbreitet deshalb Zuversicht, wie NTV-Reporter Ulrich Ophold berichtet hat. Es gibt so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, denn die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist einigermaßen stabil. Und vor allem die Zahl der Patienten mit Covid-19, die auf den Intensivstationen liegen, die ist seit Oktober nicht mehr gestiegen. Und deshalb glaubt man, dass das britische Gesundheitssystem auch diese Omikron-Welle einigermaßen unbeschadet überstehen könnte. Erstaunlich ist auch, dass die Fallzahlen nach jeweils ziemlich genau drei Wochen eingebrochen sind, obwohl es sich um drei unterschiedliche Städte auf drei unterschiedlichen Kontinenten handelt. Mit ganz unterschiedlichen Bevölkerungen und ganz unterschiedlichen Impfquoten. In New York City zum Beispiel gelten nach Angaben der Stadt 74 Prozent aller Bewohner als vollständig geimpft. In London haben sich dagegen nur 62,8 Prozent der über Zwölfjährigen für eine Impfung entschieden. Und in der südafrikanischen Provinz Gauteng, zu der Pretoria gehört, sind sogar nur 42,8 Prozent aller Erwachsenen geimpft. Hat die Booster-Kampagne einen Einfluss darauf gehabt? In New York City sind erst 30 Prozent der Menschen geboostert. In London immerhin schon 42,4 Prozent aller über Zwölfjährigen. Und in Südafrika hat die Booster-Kampagne noch überhaupt nicht begonnen. Also nein. Gab es stattdessen besondere Maßnahmen, um die Omikron-Welle zu brechen? Nein, eigentlich auch nicht. Südafrika hat sich auf eine Ausgangssperre von Mitternacht bis 4 Uhr morgens beschränkt. Alkohol durfte nur bis 23 Uhr verkauft werden. Außerdem galt eine Obergrenze für Veranstaltungen in Innenräumen und im Freien. Die britische Regierung hat ihre Bevölkerung in England sogar nur aufgerufen, sich impfen und boostern zu lassen. Für einige Innenräume und für den öffentlichen Nahverkehr wurde auch eine Maskenpflicht verhängt. Von der waren allerdings Restaurants, Bars, Pubs und Clubs ausgenommen. Außerdem sollten die Menschen, wenn möglich, von zu Hause aus arbeiten. Und bei Treffen in Innenräumen, das war eine Bitte, ab und zu mal lüften. Und New York? Dort hat man die Omikron-Welle eh nicht locker bekämpft. Als einzige Maßnahme hat Kathy Hochkuhl, die neue Gouverneurin des Bundesstaats, alle Menschen aufgefordert, überall da, wo es möglich ist, eine Maske zu tragen. Es gab keine Pflicht. Und sie hat Cocktails to go erlaubt, um wie zu Beginn der Pandemie Restaurants und Bars zu entlasten. Das war das große Thema in der Stadt. Bedeutet das, dass Deutschland den Gipfel der Omikron-Wand ebenfalls bald erreicht hat? Werden die Fallzahlen hierzulande ebenfalls bald und genauso schnell fallen wie in London, Pretoria und New York? Zu den ersten deutschen Omikron-Hotspots hat Bremen gehört. Und zumindest dort scheint sich diese Annahme zu bestätigen. Die Fallzahlen sind seit Weihnachten steil angestiegen. Und drei Wochen später scheint der Gipfel erreicht. Der Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht hat vergangene Woche auch schon bei NTV angedeutet, dass er sich diese Entwicklung deutschlandweit vorstellen kann. Man darf Omikron nicht unterschätzen. Es werden auch künftig noch Menschen daran sterben. Das war aber auch bei anderen Virusinfekten so. Und das wird in Zukunft hier auch so sein. Nur überhaupt nicht mehr, Sie haben es gesagt, in diesen Zahlen, die wir bisher gesehen haben. Und zum Frühjahr hin werden die Zahlen auch wieder fallen. Ich rechne sogar damit, dass die Omikron-Zahlen bei uns in den nächsten zwei, drei Wochen wieder deutlich fallen werden. Es gibt aber auch Experten, die aufgrund unserer deutlich strengeren Maßnahmen ein zweites Omikron-Szenario für möglich halten. Sie können sich vorstellen, dass wir den Einsturz der Wand hinauszögern. Dass der Berg vielleicht durch unsere strengen Maßnahmen nicht so hoch und steil wird, sondern eher flach und breit. Dass sich auch ein Plateau bildet, sozusagen. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wo die Reise für Deutschland hingeht. Es sieht aber auf jeden Fall so aus, dass Omikron offensichtlich keine Rücksicht mehr darauf nimmt, wie streng diese oder jene Corona-Maßnahmen sind. Das beweisen auch die Niederlande, wo vier Wochen lang ein strenger Lockdown galt. Seit dem 19. Dezember stand das öffentliche Leben fast komplett still. Gebracht hat es wenig, die Wand hat sich trotzdem aufgebaut. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.